Also, die letzten Tweets sind raus. Meisterbühne steht bereit. Jetzt geht's los zum Insa-Run. Eine Praktikumsabschlussprüfung und ich werde quer durch die Schweiz fahren, um ein paar Statements zum Thema Social Media zu sammeln. Erste Station geschafft, wir sind bei Brack. Also Malte, was bedeutet Social Media für euch? Für uns bedeutet das sehr viel Dialog und auch Teilen und daraus Dinge generieren. Das ist für uns Social Media. Danke für deinen Besuch. Vielen Dank auch. Und hau rein, vielen Dank. Wir sind jetzt hier angekommen im Joyce Living Room. Was Social Media für Joyce bedeutet, das ist eigentlich so unsere Lebensader. Wir haben da recht viel von bekommen und wir geben da auch recht viel. Das ist für uns Programmzeitschrift zum Beispiel, aber auch Interaktion mit unseren Zuschauern, mit unserer Community. Eigentlich wären wir ohne Social Media ziemlich wenig. Ich bin jetzt bei Markus. Wir selbst sind natürlich ein Sicherheitshaus und haben alles das, was Social Media angeht, noch ein bisschen auf Sparflamme. Ich glaube, ich bin so der Einzige, der richtig im Medium unterwegs ist. Wir müssen weiterrennen. Oh, Moment. Danke. Social Media ist unser Leben. Und wenn du danach fragst, was es uns bedeutet, dann ist es eigentlich das, was uns hier tagtäglich umtreibt. Social Media Monitoring ist unsere Hauptaufgabe, ist unser Produkt, das wir anbieten. Das heißt, alle Diskussionen im Internet für unsere Kunden nach entsprechenden Themen und Fragestellungen auszuwerten, das tun wir mit Leidenschaft und jeden Tag und immer mehr. Wetter in gute Fahrt. Danke, Michael. Viel Spaß mit deinem Projekt. Und als Brüsselabschied. Hey. Supercool. Nach Rapperswil zur Zwiller. Ich bin jetzt angekommen in der Zwiller und wir sind jetzt hier auf der Dachterrasse. Was hat denn für dich persönlich Social Media für eine Bedeutung? Es ist eine ganz natürliche Diskussion, ob es jetzt online ist oder offline. Ja, ganz etwas Normales im Alltag. Okay, also völlig normal als. Hey. Hey. Social Media als Disziplin ist relativ wichtig für uns, aber wir sind relativ entspannt diesem Thema gegenüber. Nein, es ist nur ein kleiner Teil einer ganzheitlichen Kommunikation. Der Kernpunkt einer guten Social Media Idee ist eben wirklich die Idee zu haben und nicht einfach zu kopieren, was schon da war. Also wir sind jetzt hier an Bellevue, um mal zwei Social Media Frauen zu treffen. Hi Nicole. Hallo. Hi Sue. Also Social Media bedeutet für mich eine gute Möglichkeit zur eigenen Margenbildung. Wie sieht es denn aus mit Frauen in der Social Media Szene? Als Bloggerin, wie ist das Leben da so? Die Frage ist extra für mich, stimmt's? Also was bedeutet Social Media für mich als Frau? Also ich verstehe die Frage nicht, weil es geht um Menschen und außer körperlichen Unterschiede konnte ich bis jetzt noch keine ausmachen. Wie ist das Leben der Social Media? In erster Linie vor allem, dass wir versuchen, Ansprechung von unserem Kunden im Social Web abzubilden. Aber gleichzeitig natürlich auch in diesem Sinne die Kunden, also die Nutzer, einen Mehrwert zu schaffen. Hi Jörg, freut mich. Social Media ist für NEMIX wahrscheinlich so was in den Genen drin, das hat mit Menschen zu tun, mit dem Austausch und unsere Firma besteht aus Menschen. So, ich bin angekommen bei NEMUK, was bedeutet denn Social Media für euch als Agentur? Für uns ist es ein Einnahmekanal, wir haben eine eigene Abteilung aufgebaut mit dem und wir benutzen selber jeden Tag im Geschäft. Facebook macht Züchte. Ja genau. Social Media bedeutet für uns eigentlich vor allem eine mega interessante Sache, eine interessante Angelegenheit, wo wir mit unseren Fans direkt in Kontakt treten können, den Dialog mit den Fans auch fördern. Dann auch, dass die Fans bzw. unsere Kunden untereinander in Dialog treten können. Und wir können sie natürlich auch supporten mit spannenden Antworten zu unseren Produkten und die jenst Leistungen. die letzte Station, letzter Kanton, wir sind bei Bloom & Brind. Hallo Insa. Hi. Schön, dass du hier bist. Willkommen bei Bloom & Brind. Super. Für den Abschluss von der anstrengenden Uhr nehme ich an. Also Bloom, was bedeutet denn für euch Social Media? Social Media bedeutet für uns unser Geschäft, unsere Spezialisierung auf Social Media. Das heisst, das ist unser Teil, den wir für Firmen im Marketing beitragen. EĆTEN .... Das steht fürflexig, das wir wissen. Das ist unser Geschäft. Wie geht denn? Untertitelung des ZDF, 2020